Willkommen zur zweiten Folge Trap-Team, da die Mission noch nicht zu Ende ist, kann ich die Part-Folgen nicht beenden, kann ich das da unten rechts mit dem Join-In nicht fixen. Ich hoffe, das solltet ihr eigentlich nicht können, glaube ich. Oder? Aber doch, oder? Das sieht nur so falsch aus, wenn er da so das Ding so dreimal schwingt. Ah, egal. Jetzt kommen wir, glaube ich, schon zum... hier... ja. Halt die Fresse! Da leben und hier unten ist es, glaube ich, Schatten. Ich glaube, dafür habe ich das Update auch runtergeladen, jetzt wird das da stehen, oder? Dies ist ein Rätsel-Tor-Portal, Meister. Es erfordert ein unbekanntes Element. Ja, unbekannter am Arsch. Ich weiß, dass das das Licht-Portal sowieso ist. Stufenhaftig! Das fährt schon wieder. Der Name Flynn stammt von dem alten, arkeanischen Wort für großartig. Die Arkeaner haben mehr als 100 Worte für großartig und sie lauten heute alle... Flynn. Da lacht sogar, da scheint scharf. Und so weiter. Blades habe ich nicht, aber... Zeig mal. Wenigstens lassen die die Musik während der Sequenzen. Das ist geil. Stabil wie... Stabil wie... Nein. So. Wie bin ich an dir vorbeigekommen, ohne dass du mich gesehen hast? Frisst das! Kommt er da durch, oder? Wobei, nee, das ist kein Trapmaster, oder? Fick ich doch selbst ins Knie. Ausgerechnet der Bastard kommt erst morgen, glaube ich. Ich gucke nochmal kurz nach. Ja, fuck, genau der ist jetzt nicht da. Fick ich doch selbst ins Knie. Dolden, Technologie! Den habe ich sogar, nice! Den habe ich, den können wir machen. Jetzt sagen wir gehen rüber. Ich muss überlegen. Also ich werde, wenn überhaupt, an sich diese 100% durchspielen. Ohne Licht- und Schattenelement. Weil, das finde ich ganz ehrlich, dass es... Da wird so wenig wirklich produziert, dass ich schon kotzen konnte. Du willst rein, ne? Okay, das ist wohl seine Evolve-Fähigkeit. Ich lasse ihn mal. Wenn du durch dieses Tor möchtest, musst du dich mit einem Trapmaster des Technologie-Elements zusammen... Du benötigst einen Trapmaster vom... So, dann holen wir mal Technologie. Oh, stimmt, ich habe etwas ganz Besonderes. Da ich natürlich kein Geld sparen wollte, habe ich mir die hier geholt. Legendary Joe. Joe Breaker. In schwarz. Oh, der ist Level 20 Max, aber komplett. Der hat sogar einen schönen Hut auf. Es tut mir so leid, ich schwöre es dir. Es tut mir so leid. Der hat eigentlich gar nicht mehr... Komisch, wenn ein anderes Element hier stärker wäre. Lieber Ion. Sack. Schieb-Greep für den Hut. Ja. Einen geilen Hut für Schieb-Greep. Ja. Okay, es ist jetzt irgendwie schade, dass wirklich jeder dann Evolved schon ist, aber kann ich dann, glaube ich, auch nicht zurücksetzen, also... Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Okay, der ist eigentlich voll nice, aber ich glaube, der ist nicht meins. Vorsicht. Sie nennen ihn den Gulper. Und das komische an der Sache ist, dass er auch im Wolkenknackerknast sitzen sollte. Hier geht etwas ganz sonnmales vor. Und wir müssen das ergründen. Und zwar pronto. Hm. Sprudel. Ich brauche Sprudel. Nicht, wenn es um Fanta geht, ich schwöre. 1 zu 1. Vielleicht auch immer so ein fetter, blauer Wüchser. Das finde ich halt das blöde an dem. Oh, hier ist sogar Kraptein. Leuchtet. Ey, der sieht in schwarz geil aus. Ich glaube, seine Originalfarbe wäre braun. Also halt Technologie-braun-mäßig. Diese Drohnen gibt es halt überall. Man braucht kein bestimmtes Element dafür. Das ist einfach nur, dass du ein Trap-Master hast. Ich glaube, die denken, dass sie bis dahin nicht überleben. Ein echter Preis. Halt die Fresse. Weil du willst auch. Na los. Dann schicken wir doch doch gut. Ja, schade, weil man sieht jetzt hier im Wolftschirm den Wind. Wenn der Gulper Sprudel will, dann sollte er keinen Sprudel kriegen. Ey, no shit. Du musst also nur rüber zum nächsten Gebäude springen und den Sprudelbottich zerstört. Was halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt. Was mich halt an dem Kampf ein bisschen stört ist, man bekämpft ihn nicht. Oh, da können wir glaube ich nicht mehr machen. Ja, ich weiß, dass ein irres Sprudelfest stattfindet und ein riesiges Wesen das Dorf bedroht, aber wir können trotzdem eine Partie Himmelsteinschmettern reinschieben, oder? Oh, Moment, du kennst das ja noch gar nicht. Das ist okay. Ja, können wir noch nicht spielen. Ich glaube, der Preis ist eh nur so eine Dingskarte, aber das ist alles gar nichts. Wenn man so runter muss. Ähm, hier nochmal, was bringt die hier? Was bringt, dass die Viecher zu evolvieren? Die Dinger haben länger Zeit, weil wie ihr links unten seht, wenn die Zeit um ist, dann wird er wieder reingeschickt. Die kriegen eine andere Farbe vom Skin her. So kann man nicht paint holen. Hier ist das Wunschkonzert mit DJ Chill Bill. Chaos! K-A-O-S! Die moneten. Ja, moneten. Ich lass den jetzt mal durchlaufen, bis er tot ist. Kannst du auch schieben. So, kaputt schieben. Und der kriegt halt eine neue Fähigkeit manchmal auch. Oh. Passend, bevor der gleich abläuft. Und nur Schurken wie du können sie öffnen. Na los, greif sie an! So, jetzt wird die Zeit gleich rot. Da ist ein Strich erreicht. Also, jetzt muss es gleich rot werden. Komm, wird rot! Ja! Bring me back! Ja. Tschau. Huw. Huw. Yes. wir müssen den sprudel botte ich in die luft jagen und die riesen hand des külpers ist im weg ich hatte gerade die allerbeste wahnsinns idee okay hau raus siehst du die beiden botten ja der orange ambrosia kühler ist der sprudel des jahres das andere grüne zeug ist bodensatz mit allgeschmack und schmeckt noch scheußlich werden ja aber wenn wir die vertauschen und den külper die aalpöre trinken lassen holt ihn das vielleicht wieder runter so ist es richtig vertauschen die botte gibt es noch ein ding sie schwirren vorfühlen jetzt musst du nur noch gut gemacht so war es glaube ich oder deshalb bei dem kampf so man kämpflich gegen ihn der trägt jetzt einfach das und fertig den baum besiegt steck eine wasserfalle ins portal steck eine wasserfalle ins portal um diesen schurken zu von ein poseidon nein unser dreizack ich will dich den gulper gefangen külper muss jetzt nett sein ist komisch aber külper geföhnt sich daran nimm külper ich bin himmelstein und natürlich wusste ich das ja den kriegen wir den kriegen wir nicht in gebieten den letzten kriegen wir erst recht nicht wie viele mentantore hab ich denn bitte verpasst wie viele seelensteine der eine da auch stimmt ja das ist ekelhaft die haben die seelensteine auch in die hier so uns getan wo man reinkommt mit hier die sonst in der lichtzone ist auch der ist geiler für den licht ist licht master ich bin nicht am überlegen ob ich mir die bestellen soll auchcing hier kommt külper drücken knall wechsel erneut und wieder steiler jesse jesse hallo sehr gern noch mal oh oi 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 ok ja perfekt ja bau dir dein haus auch entspannt ja wow in mögen co das kann so nicht sein s mulheres dies ist das stroken beliefs wenn du einen stock in derniejsätte auch den awkward genast gef Essentially erscheint er hier und kann jederzeit aus der pfalle geholt und zurück gesteckt werden der guld war leider wohl finde ich schade dass er das so speichert technologie richtig hast du von der neuen trainingsanlage hier in der skylander akademie gehört da hin du da hin wer nun wir jetzt wir holen wir holen die das klappert nochmal ich wollte unbedingt zumindest sollte es unsere neue trainingsanlage werden bis chaos es irgendwie geschafft hat sie zu verfluchen und jetzt ist sie ein irrsinniger unbesiegbare albtraum des ähm chaos mal abgesehen von chaos fluch und den irrsinnig unbesiegbaren albträumen kann man da aber jede menge tolle belohnungen verdienen begib dich einfach zur statu um es dir anzusehen coooool ich bin aber auch einfach zu gut das bist du mein bruder aber tut mir leid tut mir leid das klappert ich weiß nicht dass ein skelett ist ich weiß nicht dass ein skelett ist ui jetzt noch bereit für eine weitere magische verbesserung ne so ich habe nichts damit kommt mir das 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 was das ist ui 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 was da drin was ist das was ist das bunzbrunnen ne elementar diamant was ist das ich lasse ich nicht auf klo durch mein gefangener du wirst mit mir sterben 99 ok der sehr stark jetzt auch wenn es nur lachen gehen das hier gehen So, hier haben wir auch die Auftrag-Liste. Magie, Water. Bring ihn zu Merckx am Anfang der Besserwisser-Insel, damit er seine bösen Taten wiedergutmachen kann. Kann ich die zurück? Nein. Danke. Ja, egal. Ich besserwisser beende jetzt den Part.